Ich bin natürlich im Zürich Oberland geboren, das ist mein Zuhause. Und das Schönste finde ich, dass man genauso schnell am See ist, wie man auch in den Bergen ist. Und auch genauso schnell in der Stadt. Und das finde ich einfach sensationell, hier zu wohnen. Das Zürich Oberland ist eine grüne Oase, ist mit guten Menschen bestückt und hat enormes Entwicklungspotenzial. Am Zürich Oberland gefällt mir vor allem die gute Anbindung, sei es jetzt aufs Land, aber auch in die Stadt Zürich. Ja, mir gefällt vor allem die Landschaft und auch die Dörfer, Wetziken, Rüte, Hiwil, Dürmte. Ich bin immer sehr gerne da, auch in der Freizeit. Zürich Oberland ist ein Stück Heimat für mich. Ich bin da aufgewachsen, kenne wunderbare Menschen. Und das Oberland ist mir ans Herz gewachsen. Ich wohne seit 27 Jahren in Grüt, also hier und arbeite auch im Bezirk. Und von daher spielt sich eigentlich mein ganzes Leben hier an. Ich habe viele Freunde hier. Von früher her, ich war lange in der Jugendarbeit tätig, bei der Jubla. Oder früher hat es geheißen Jungmacht Blauring. Und aus dieser Zeit habe ich noch sehr viele Leute, die hier zu Hause sind. Die CVP zeichnet sich seit Jahren aus, um konstruktive Lösungen umzusetzen. Und das erreichen wir durch Konkordanzthemen. Das heisst, wir versuchen, Nachhaltigkeit umzusetzen. Indem, dass die anderen Parteien, die wichtigen Meinungsmacher auch im Boot sind. Dass die Lösungen verheben. Und da geht es meistens um Kompromisse. Eine gute Lösung, die die Schweizer auch stark macht. Ich denke, wir leben in einer sehr komplexen Welt, wo es nicht einfach Lösungen nach dem Schema schwarz-weiss gibt. Sondern wo man auch viele Zielkonflikte bewältigen muss. Oder eben auch Lösungen in den Zwischenräumen finden. Und das kann die CVP als Mitte-Partei, als Vermittlerin auch zwischen den Polen sehr gut. Es ist wirklich so, dass die CVP die Schweiz zusammenhält. Wir sind die Partei, die Lösungen sucht. Wir versuchen wirklich, zwischen rechts und links zu vermitteln. Weil Pol-Parteien sehen immer noch schwarz und weiss. Und das bringt unser Land nicht weiter. Sondern das blockiert unser Land. Darum braucht es unbedingt mehr Mitte, mehr CVP, mehr lösungsorientierte Politik in Bern. Wir brauchen Parteien, die das Land etwas zusammenhalten. Die Gewerkschaften oder die SP und die SVP reden schon lange nicht mehr miteinander. Darum braucht es Parteien wie die CVP, die das zusammenbringen. Und irgendeine Lösung auszutüftelt, die alle einigermaßen damit leben können. Also aus Sicht von unserem Kanton ist eines der obersten Themen, dass wir die Autobahnschliessung machen. Zwischen Duster und Hiwil. Das ist in der Pipeline. Aber es geht uns Oberländer und Zürcher einfach zu wenig schnell. Für das möchte ich mich einsetzen. Ich möchte mich aber auch einsetzen für alle Sorgen, die wir überkantonal haben, die auf uns auswirken. Das ist die ganze Sozial- und vor allem Gesundheitspolitik. Wir denken an Gesundheitskosten, Krankenkassen, die Altersvorsorge, die nicht in die Tüger gelegt worden ist, die wir anpacken müssen. Ich denke, das, was uns auch schweizweit betrifft, sei es die Reform der Altersvorsorge oder eben auch jetzt gerade mit den Gesundheitskosten, das ist einfach auch in Bern noch zu wenig umgesetzt worden. Also ganz dringend ist, dass man in der nächsten Legislatur der Rentenreform endlich eine Lösung finden kann. Denn mit der Steuerreform hat man jetzt zwar Geld eingeschossen, das ist aber das Problem nicht gelöst, sondern man hat einfach ein wenig Zeit gewonnen. Und da müssen jetzt wirklich Parteien sich zum Kompromiss einigen. Die CVP ist klar dafür, dass man die Renten, Mann und Frau, auf 65 erhöht, aber sicher nicht höher. Und das flexible Rentenalter muss kommen, das ist sicher eines der grossen Probleme. Und natürlich die steigenden Gesundheitskosten, so geht es nicht mehr weiter. Das kann der Mittelstand irgendwann nicht mehr zahlen. Darum ist unsere Kostenbremse so wichtig und dann muss man Massnahmen ergreifen in der nächsten Legislatur, um die Kosten zu bremsen. Ja, Zürich ist ein Wirtschaftsstandort. Wir brauchen unbedingt ein gutes Verhältnis, ein stabiles Verhältnis mit unserem wichtigsten Handelspartner, das ist die EU. Dann müssen wir schauen zu unserem Klima. Das ist in aller Munde und finde ich auch richtig so. Wir brauchen ein griffiges CO2-Gesetz. Und was mir besonders Sorgen macht und auch in meiner Partei sind natürlich Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten. Die drei wichtigsten Massnahmen sind natürlich mal die Initiativen umzusetzen, sodass das Volk sich bewusst ist, dass wir über das Portemonnaie hinten rechts eigentlich die Kostenbremse, die Krankenkassen im Griff bekommen. Dann müssen wir die Beinflusser, Zulieferanten, Ärzte, Spitäler auch gewinnen, dass sie da eigentlich mitmachen und nicht über Medizinierung, über Therapierung auch unterstützen. Und das dritte ist natürlich schon so, dass wir uns selber an die Nase nehmen müssen. Wir müssen die Bevölkerung sensibilisieren, dass wir auch etwas dazu beitragen können, dass die Krankenkassenkosten nicht steigen. Grundsätzlich, dass man mal sowohin definiert. Dass man sagt, mit diesem Kostenwachstum können wir leben oder auch nicht. Und wie das jetzt eben gerade die Initiative der CVP macht, definiert nicht mehr, wie 5% über der Nominallohnentwicklung soll das liegen, dass man das Ziel vorgibt. Und dann als nächstes, dass man zum Beispiel das Territorialprinzip aufgibt, dass man auch im nahen Ausland kann Medikamente und Mittel einkaufen. Und dann drittens zum Beispiel auch die Gleichfinanzierung von stationär und ambulant und auch die Verschiebung mehr zu ambulanten Behandlungen, die weniger Ressourcen brauchen. Es gibt ganz viele Massnahmen, die man machen kann. Eine von den wichtigsten ist sicher die Medikamentenpreise. Die müssen einfach mal gesenkt werden, die sind viel zu hoch. Und das Zweite ist auch natürlich Eigenverantwortung, dass die Leute wirklich selber überlegen, muss ich wegen jedem Boboli in Notfall oder kann ich das vielleicht auch über ein Medikament in Apotheke lösen? Und das Dritte ist ambulant und stationär. Auch da gibt es verschiedene Massnahmen. Da müssen wir natürlich noch die ganze Preisgestaltung regeln. Aber man sollte nicht für alles ins Spital müssen. Und wir haben auch jetzt wieder tendenziell zu viele Spitäler. Auch da werden wir die Spitalbetter sicher noch mal eher senken und viel mehr Angebote ambulant behandeln. Wir müssen schauen, dass nicht mehr operiert wird als nötig. Heute gibt es immer noch falsche Anreize, dass in den Spitälern zu viel operiert wird. Wir müssen schauen, dass Medikamente günstiger werden. Heute zahlt man für das gleiche Medikament in der Schweiz mehr als doppelt wie im nahen Ausland. Und das Dritte ist, dass man mehr ambulant statt stationär behandelt. Also zu Hause und weniger im Spital oder im Altersheim. Der 20. Oktober ist Wahlsonntag. Ich empfehle einfach, dass jeder sich informieren soll, seine Interessen in der Schweiz bewusst sein. Und sich dementsprechend an Turnen begehen und wählen. Das ist das Wichtigste. Und natürlich wäre mein Wunsch, dass sie für die CVP einstehen. Dass man zum Beispiel Smartvote, den Fragekatalog ausfüllt. Und dann kommen dort ein Strauss an Politiker rüber, den man wählen soll. Und natürlich dort auch ein Auge auf die CVP hat. Als Mitte-Partei, die an guten und sachlichen Lösungen interessiert ist, dann wählt. Auf jeden Fall natürlich Liste 5 einwerfen. Die CVP ist wichtig, wie ich gesagt habe. Wir haben die Schweiz zusammen, wir bringen Lösungen, wir schaffen Kompromisse. Und diese sind extrem wichtig im Parlament. Auch im Nationalrat. Im Ständerat sind wir ja gut vertreten. Aber man braucht auch mehr die CVP im Nationalrat. Darum unbedingt Liste 5. Wählen Sie die CVP. Denn wir setzen uns ein, dass das Land zusammenbleibt und solidarisch.